Hier am Bahnhof Zoo gibt es nicht nur die Original-Berliner Currywurst. Hier bin ich auch gestern Michael begegnet. Erst hat er den Kopf schiefgelegt und dann gefragt, bist du nicht der vom Thekenalarm? Ja, siehste, hab ich doch gleich gewusst. Ich liebe die Berliner Schnauze. Und schon waren wir mittendrin in der hitzigen Debatte, was man alles besser machen sollte im Land. Ich habe Michael natürlich gleich angehauen, ob er nicht jemand weiß, der uns in Berlin eine Regionalgruppe aufbauen könnte. Er will sich umhören. Ihr hoffentlich auch.